Hey, kurz Zeit für eine Umfrage. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht vegan, vegan. Nein, darum geht's nicht. Stellen Sie sich kurz vor. Ich, Mehmet. Vater von Melissa, aber... Viele nennen mich... Betty. Alles klar. Wie viele Bürger hat Deutschland? Burger. Jetzt auf was mit Tiremire Bauernhof, liebe Gez? Nein, nicht Burger, sondern... Ah, Mama, ja, ich weiß. Wo liegt der teuerste Ort in Deutschland? Tankstelle. Was ist die Hauptstadt von Bayern? Türkei. Plan für ein perfektes erstes State? Chitandesamt. Was ist die Entfernung von Erde zu Sonne? Oh, dann bin ich googelt. Du schuldest Werner 10 Euro. Er gibt dir weitere 20 Euro. Ich schuld Werner gar nichts. Seine Mama schuldet Werner. Was ist dieser Name? Nein, das ist eine Mama. Ihr vegane Alternative für Wiener oder Wallah, ich geh. Ich möchte gehen. Was ist diese Mikro? Was? Ist das ein Mikrofon? Ich baue dir für 20 Euro mit Verstärkung. Ist ihr Bart echt? Entschuldigung. Echte Menschenhaare. Nein, nicht vegane Staffel.